SWITCH! 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 Linzen und Partner. Heute blutige Spuren im Wald. Sebastian, guck mal. Sind das nicht blutige Spuren? Ermittlerin Katja Hansen registriert etwas auf dem Waldboden und fragt ihren Kollegen, ob es sich dabei um blutige Spuren handeln könnte. Du Katja, das könnten tatsächlich Blutspuren sein. Ihr Kollege meint, dass es tatsächlich Blutspuren sein könnten. Komisch, ausgerechnet hier im ... Wald? Komisch, ausgerechnet dort im ... Wald. Beide Ermittler stöhnen genervt. Mensch Sebastian, hatten wir nicht schon mal einen ähnlichen ... mit ... im ... ... damals bei ... Ach, du meinst in ... ... ähm ... Katja, schau mal da. Vielleicht haben die da was mit den Blutspuren zu tun. Plötzlich tauchen zwei Prostituierte für die beiden Ermittler völlig überraschend auf. Um mit den Spaziergängerinnen ins Gespräch zu kommen, planen sie eine geschickte Annäherung. Entschuldigung, Entschuldigung! Durch eine ausgeklügelte Taktik versuchen Katja Hansen und Sebastian Thiele das Vertrauen der Prostituierten zu gewinnen. Weitere lustige Clips unter switch.pro7.de Weitere lustige Clips unter switch.pro7.de